Seit drei Jahren gibt es keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaube nicht daran. Ich habe draußen Vögel gesehen. Der Flog kennt gleiche Richtung wie wir. Siehst du, das ist ein Zeichen. Was ist, wenn es da oben nicht besser ist? Na, die Vögel, die wissen, wo das Wasser ist. Wir wurden überfallen. Wir kommen alle paar Wochen runter. Wir fangen Leute ab und verschwinden wieder. Ich muss meine Schwester finden. Leonie! Wo ist Leonie? Fahr los! Ich habe auch gesehen, ungefähr drei Kilometer in diese Richtung. Ich tue dir nichts. Im Gegenteil. Was macht ihr hier? Du bist hier weg. Die Sonne wird dich verbrennen.